Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen E-Papers. Jetzt hoffentlich nach dem dritten Anlauf funktionieren wird. Und zwar ist das Minecraft Pocket Edition. Mal gucken, wie die Welt wird. Ich hoffe gut. Aber ich hoffe, dass dieses Netzwerk endlich gestaltet werden kann. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das gemacht habe. Drei Wochen. Drei Wochen habe ich das gemacht, das auf die Reihe zu bekommen. Das war schwierig. Und auch nicht so lange. Und ich wette, dass es wieder schwarz am Ruckeln ist. Das bleibt auf einem Fleck. Das heißt nichts Gutes. Oh, es hat sich bewegt. Ach, jetzt mach doch mal hin. Wenn das noch fertig ist, ist das doch schon eine Minute hoch von der Aufnahme weg. Und wir sind es. Und es ruckelt herzlich wenig. Und es ruckelt herzlich wenig. Hammer. Hier. Hier. Wo ist denn das hier? Das mit der Vibration, das nervt, wie wird es. Und mit dieser neuen App läuft alles flüssig. Können wir schon mal craften? Oh, ich habe meinen Craft schon ewig nicht mehr gespielt. So. Und das werde. Zack. Das ist ein Leggy. Leggy ist es noch. Das muss man mal sagen. Aber das ist ein Leggy, das hätte nicht Monster gewesen. Das ist ein Leggy. Das ist ein Leggy, das muss ich alles noch einstellen. Na, wir werden uns was aufbauen. Und. Ja. Das muss man mal unbedingt in den Ohr mitnehmen, dass das so 4.5 Minuten sein wird. So kommt das an, wie das mit dieser App Funktion J. Und ja, ich beende jetzt mal fast nicht selber die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Daumen hoch. Ähm, abonnieren. Tschüss. Oh. Löl. Sorry. Da habe ich mich mal vertippt. Tschüss.